Hallo da so liebe Leute und willkommen zur ersten Folge von Minecraft Jumper Und ja ich weiß, einige fragen sich jetzt hier wieder Hm, Lars du hast uns ja noch gar nicht wirklich was von dem Projekt erzählt Kannst du uns nicht mal erklären was es hier eigentlich ist und sowas Und dazu komme ich jetzt, wie ihr sehen könnt bin ich im Hardcore-Modus Und mein komplettes Inventar ist einfach leer Und darum geht es, wir müssen von Insel zu Insel springen Oh, da ist ein Lucky Block sogar, den werden wir uns dann gleich mal direkt holen Wir müssen von Insel zu Insel springen, ja Und müssen dann dort jeweils versuchen irgendwie die ganze Insel zu erforschen Und da gibt es dann auch noch irgendwie versteckte Kisten und sowas Wo dann Items drin sind, die uns hier einigermaßen besser ausrüsten Weil wir nämlich am Ende, wenn wir komplett ausgerüstet sind Eine ganz ganz spezielle Sache machen müssen Und zwar müssen wir hier, hier seht ihr das Hier wir laufen dann einmal rum, warte ich zeige euch erstmal die Inseln So, dort hinten sind halt noch Inseln Dort sind, oh da ist noch eine Insel mit TNT, okay Und dann hier sind noch Inseln und sowas Und wenn wir das alles geschafft haben, laufen wir über diese riesen Plattform Und müssen dann hier ins Endportal gehen, ja Wenn wir dann komplett ausgerüstet sind Und ja, das wird auf jeden Fall eine mega mega spannende Sache, denke ich mal Und jetzt fragen sich bestimmt einige so Hä Lars, wie willst du das eigentlich machen? Wie willst du dich eigentlich von Insel zu Insel teleportieren und so? Hast du irgendwie mega super duper Schuhe oder sowas? Nein, es ist so Auf der Insel versteckt gibt es eine einzige Ender Perle In der Truhe natürlich, ja Die ist dann halt da drin irgendwie versteckt oder sowas Irgendwo auf der Insel Ich weiß nicht wo, ich habe keine Ahnung Ich habe es noch nie gespielt Und wir müssen dann irgendwie versuchen diese Truhe zu finden mit einer Ender Perle Und können uns dann mit dieser Ender Perle gezielt irgendwie so rüberschießen Und dann müssen wir von Insel zu Insel halt jumpen Daher auch der Name, ja Und wir dürfen nicht irgendwie einen Enderman töten Und dann von dem die Ender Perle nehmen und sowas Und dann halt uns dort und dorthin teleportieren Sondern dass wir halt mogeln Und das wollen wir natürlich nicht Wir wollen das alles nach richtig spielen Und ich hoffe mal, dass ich nicht sterbe und so viel geredet Und wir müssen uns dann ein bisschen sputen Weil sonst wird es nämlich gleich noch dunkel, zack Da haben wir dann die erste Ender Perle So, die müssen wir jetzt irgendwie gezielt hier Guck mal, der Pfeil zeigt doch schon perfekt in die Richtung Wir müssen jetzt irgendwie gezielt hier drüben hinschießen Okay, ich habe ein bisschen Angst Zack, okay Bumm Oh, wie knapp, alter Okay, das geht ja schon mal richtig gut los Wir müssen den Lucky Block öffnen und gucken Wow Wow, das hat ja uns so viel gebracht Wir haben ja... Okay, gut Also es könnte uns schon was bringen Wenn wir jetzt auch schon ein Enchantment Table haben Aber jetzt gerade bringt uns nicht wirklich viel Dass wir hier so einen komischen Dass wir so komische Enchantment Books bekommen Okay, dann haben wir hier noch eine Chest Dann haben wir hier Weed Und dann haben wir hier schon mal unsere ersten Pickaxe Die wir überhaupt haben in unserem In unserem Leben In unserem Hardcore Leben Jetzt müssen wir mal überlegen Zack, okay Konzentration Lars Wir nehmen auch hier den Cactus mit Ich weiß zwar nicht für was Aber er könnte mal irgendwann mal Vielleicht zu Nutzen sein Toll, jetzt haben wir das komplette Inventar voller Enchantment Books Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Na toll, also in den ganzen Lucky Blocks ist natürlich auch ein bisschen Müll drin Ja, das muss ich dazu auch noch sagen Da kann natürlich alles uns passieren Es kann doch sein, dass es uns in die Luft sprengt und sowas Das macht die Sache irgendwie ein bisschen interessanter So, also sind hier jetzt schon alle... Ne, wartet mal Wir brauchen ja noch die Perle, genau Aber wo zur Hölle ist die Perle? Perle? Hello? Hello? A Pearl? Hello? Lass mal einfach hier grad so irgendwie drunter buddeln oder sowas Oh, wir dürfen auch nicht irgendwie zu sehr unsere Pickaxe verschwenden Sonst... Ihr versteht schon Das ist nämlich das einzige Item, was wir jetzt hier grad auf der... Oh, 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 oh Da geht's runter Zack Okay! Nein, 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 nein Oh! Da ist auch noch ne Kiste Zack! Da haben wir hier die erste... Was steht da? Ähm... Hello! We meet again! Your first... Okay, perfekt Da haben wir hier die erste Enderperle Zack! Okay So, dann bauen wir jetzt hier mal uns den Weg wieder zu, damit wir hier nicht runterfallen Das wäre nämlich auch nicht so witzig So, wir müssen hier wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig sein, Leute Wir müssen hier so vorsichtig sein Wir dürfen nicht sterben Wir dürfen einfach nicht sterben Weil es wäre ja schließlich auch kein Hardcore-Let's-Play, wenn wir sterben dürften Ihr versteht schon Wir müssen so aufpassen Ist hier irgendwie, irgendwie was Böses? Ne, hier ist nichts Böses Zack! Da haben wir hier ein Bucket und ne Musikdisk Den Bucket, glaube ich, können wir gebrauchen Dort oben war, glaube ich, Wasser Vielleicht können wir ja das Wasser so einsammeln damit Zack! Wartet mal Lass mal hier durch So Wir nehmen jetzt hier einfach mal den ganzen Sandstone mit Okay! Also hier geht es einfach nur runter Zack! Dann lassen wir einfach wieder nach oben gehen So, ohne Probleme So, Moment Wo kamen wir jetzt nochmal her? Wir kamen von hier, genau Dann werden wir den selben Weg natürlich wieder zurücknehmen Bevor wir hier noch irgendwas Falsches machen So, okay Hallo? Hallo, ist hier jemand? Ich bin komplett alleine hier in meiner Hardcore-Welt Hier oben tropft es nämlich, da ist Wasser So Zack! Dann fällt da jetzt Hä? Da ist jetzt einfach der, ähm Hier, der Sugarcane ist darunter gefallen So, warte mal Wir nehmen das Wasser mit Hier hoch Vielleicht kann man das Wasser irgendwie gebrauchen So Ja Okay, geschafft Zack! So, dann haben wir es jetzt hier Ist hier irgendwas noch auf der Insel? Ich bin mir nicht ganz sicher Naja gut Also wir werden uns jetzt einfach mal noch dort hinten teleportieren Wir haben schon die erste Insel absolviert, Leute Also ihr seht schon Es ist auf jeden Fall machbar Es ist machbar Und es wird noch ziemlich lustig Okay Hoch zielen, hoch zielen Zack! Treff, treff, treff! Bitte treff! Jawoll! Oh! Okay, wir haben es geschafft Wir sind jetzt hier drüben angekommen Haben ganz viele Enchantment-Books Wartet mal, dann schlagen wir jetzt hier einfach mal unser Lager auf So, zack Machen wir hier mal die ganzen Enchantment-Books rein Ohne Probleme No problemo! Senorita So, okay Ähm, dort oben ist ein Baum Das ist schon mal sehr sehr gut So, zack, hier hochgeklettert grad mal Und wir nehmen einfach mal hier den Baum mit So, dann haben wir jetzt für den Baum Also wir kriegen jetzt hier von dem Baum Kriegen jetzt Holz und so Und werden dann einfach mit dem Holz Werden wir uns eine Workbench machen Und mit der Workbench werden wir uns dann irgendwie Keine Ahnung Irgendwie eine Axt machen Oder halt noch eine andere Pickaxe oder whatever Warte mal, ich guck mal gerade was hier noch Was hier auf der anderen Seite auf uns zukommt Auf dem anderen Auf der anderen Plattform Oder Insel oder keine Ahnung wie man das nennen soll Oh, lol Da ist ein Lucky Block da oben drauf Ah, auf jeder Insel ist also ein Lucky Block Dort hinten Da oben drauf ist auch noch einer Und dort ist Stein Das heißt, wenn wir uns dann auf die nächste Insel teleportieren Ähm, haben wir dann auch schon Steinsachen Das ist schon mal richtig gut Den Lucky Block will ich haben Gebt mir den Lucky Block bestimmt Ich hoffe mal da sind jetzt Diamanten drin oder sowas Okay, also ich weiß ja nicht Wollen wir den aufmachen, Leute? Soll ich den Lucky Block aufmachen? Das kann natürlich auch sein, dass da irgendwie Nur Müll drin ist Aber egal, Joel Oh! Oh, okay Oh, nice Wir haben hier auf jeden Fall Schon mal ein bisschen Gold und sowas bekommen Coole Sache Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt Für was wir jetzt Gold gebrauchen können Da ist auch schon Bieten rausgekommen Und Eisen Und Dias haben wir auch sogar Das ist sehr sehr gut Das ist sogar richtig gut Zack Dann sind wir auch schon mal Recht gut ausgerüstet Für den Anfang Und haben jetzt hier auch schon direkt Zack Unser Wood Dann setzen wir uns ein Sapling wieder hin Der muss dann halt irgendwie wachsen Keine Ahnung Das wird ein bisschen dauern wahrscheinlich Ähm Deswegen lassen wir hier noch ein bisschen Auf der Insel verweilen Bevor wir weitergehen Und ich höre irgendwie Skeletons Also Nicht sehr 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 gut So, okay Zack Dann machen wir erstmal unsere Workbench Zack Dann haben wir hier die Und den Crafting Table hin Dann machen wir uns hier erstmal Am besten ein Schwert Sag ich mal So Und Wartet mal Soll ich die Dias auch verwenden Um Ja komm ich mach mir grad mal noch so Hier sowas Zack Zack Dann haben wir jetzt so Wartet mal kann ich damit Ja perfekt Dann haben wir schon mal so eine halbe Dia Rüstung Und haben hier schon mal ein Dia Schwert Das ist schon mal sehr sehr gut Und ähm Ja damit können wir halt nicht so wirklich viel anfangen Mit dem ganzen Wir sind auf jeden Fall schon mal sehr 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 gut ausgerüstet Für den Anfang Also ich hab nicht damit gerechnet Dass wir auf jeden Fall schon mal so Steil gehen Leute Das ist sehr sehr gut Und ähm Wartet mal lass mal hier Grad Oh wir brauchen erstmal was zu essen Ah genau Ich wollte mir das Brot craften Wir dürfen hier nicht zu übereifrig werden Weil hier ist nämlich Hardcore Modus Leute Das ist der Ultra Hardcore Modus Und es kann natürlich sein Dass wir hier auch sehr sehr schnell sterben Gut Das Eisen können wir jetzt nicht mitnehmen Da wir Warte mal ich glaube geht das eigentlich Dass man mit Gold Eisen abbauen kann Ich glaube ja Wartet mal Dann machen wir das mal so Und werden das dann mal so versuchen Ja ihr merkt schon Ich bin ein richtiger Survival Profi Leute Ich bin ein richtiger Geht das? Nein Das geht nicht Oh nein Oh und ich sag gerade noch Ich bin Survival Profi Ich bin so ein Dussel Leute Ich bin so ein Dussel Das ist unglaublich Zack Gut dann setzen wir jetzt hier nochmal die Saplings hin Damit hier vielleicht nochmal an der Baum wachsen kann Und sowas damit wir ein bisschen mehr Holz haben Okay Für die Leute die sich fragen Was diese Plattform hier neben ist Das ist irgendwie so der Weg zurück Denke ich mal Da hinten ist halt das Portal und sowas Und da ist auch irgendwie so eine Art Treppe Ja und da kann man dann irgendwie halt gucken Dass man dann so da hoch geht Und dann ist da halt das Ende von Oh nein Jetzt sehe ich gerade Da ist ja noch eine Kiste Oh verdammt Wir haben einfach eine Kiste vergessen Oh Mann Nein Verdammt vielleicht ist da irgendwas wichtiges drinnen gewesen Aber gut Ich mache das jetzt hier mal auf Hallo Ist jemand zu Hause Hallo 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 Okay okay Oh nein jetzt habe ich das Huhn getötet Nein Ich glaube das Huhn hätte uns irgendwie weiterhelfen können Oh gut das hier Da haben wir hier Bone Meal Da können wir eigentlich auch den Baum zum Wachsen bringen Machen wir das mal gerade so Zack Zack Aber hier ist nicht irgendwie Weed oder sowas Dass wir hier ähm Okay der Baum ist jetzt nicht gewachsen Super Ähm Lass mal hier einfach kurz noch ein bisschen verweilen Zack Zack Ähm Noch mal ein bisschen mehr Holz Sticks brauchen wir noch Und dann halt mit dem Gold eine Axt machen genau Gut So So Also ich bin mal wirklich gespannt wie das komplette Projekt hier ausläuft Und ähm Ich bin wirklich sehr sehr Ja ich bin wirklich sehr sehr gespannt Wenn euch das Projekt gefällt Leute Könnt ihr gerne 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 eine positive Bewertung da lassen Leute seid nicht so faul Wenn euch das Projekt gefällt Dann setzt euch hin und unterstützt eure Lieblings YouTuber und sagt so Hey guck mal das gefällt mir sehr gut Dem gebe ich einen Daumen nach oben und sowas Das machen einfach wirklich viel zu wenig Leute Das machen wirklich sehr sehr wenig und sowas Und das ist auch doof Das ist ja auch doof für den Provenzenten und so natürlich Ihr versteht schon was ich meine Ja Gut So Da war hier noch eine Kiste Zack Da haben wir ganz viele Eier Oh nice 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 Dann lass doch mal gerade Ähm Ja gut wir können eigentlich das Raw Chicken dann auch nicht braten Weil wir auch gar keinen Cobblestone haben Hm Das ist ein bisschen doof Da müssen wir eigentlich Oh doch da oben ist ja sogar Cobblestone Wartet mal Dann machen wir einfach hier den Cobblestone kaputt So Und werden dann dort uns einfach mit dem Cobblestone einen Ofen craften Wenn es funktioniert Wir brauchen jetzt 10 Stück glaube ich Für einen Ähm Ofen Ne neun neun Stück brauchen wir oder Neun 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 Stück ja So dann haben wir jetzt hier schon mal ein paar So Ah wartet mal wir haben ja noch die Gold Axt Ist die Gold Pick Axt Ist die nicht ein bisschen besser Wir werden dann einfach hier dann so auf der Insel uns die ganzen Ähm Eier anpflanzen sag ich mal Oder Eier anfarmen Oder wartet mal Vielleicht wäre es nicht ein bisschen besser Wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit hier auf der Insel bleiben Sondern direkt weiter ziehen Äh Ich weiß nicht Ich bin jetzt die ganze Zeit ein bisschen am Strugglen Lass mal einfach nochmal hier ein bisschen erforschen Ob wir noch den Lol Alter Ernsthaft Was für ein Zufall Hä WTF Da ist auch ein Bone drinnen WTF Wie krass war das denn jetzt gerade Es war einfach so auf gut Glück losgeschaufelt Und ich finde einfach eine Kiste Lol Okay hier zack Die ganzen Zapplings brauchen wir Die müssen wir wieder anpflanzen Und äh Doch wir lassen einfach mal den Cobblestone abfarmen So Ja ja Es ist wirklich nicht so einfach wie es aussieht Leute Es ist wirklich ziemlich schwer Ich muss halt die ganze Zeit irgendwie mit den Gedanken hier bleib Hierbei bleiben Und die ganze Zeit alles richtig machen und sowas Weil es kann natürlich auch sein dass hier alles direkt schief geht Okay Da geht es ganz schön tief nach unten Zack Da haben wir jetzt hier den Den ganzen Krimskrams So Aua das sollte ich lieber nicht machen Ich muss mir das echt abgewöhnen So Okay Dann haben wir hier einen Ofen gecraftet Der sollte eigentlich ein Stückchen weiter vorne sein So Der sollte hier sein Oh oh es wird langsam dunkel Leute Und wir werden jetzt so einfach Ich denke mal hier drinnen machen wir das jetzt mal So Wir werden jetzt dort einfach die ganzen Hühner reinschubsen Und dann Äh Dort dann einfach unsere Farmen machen So Dann kommen hier unsere ganz vielen kleinen Hühner Können die da raushitzen Bitte kommt da nicht raus Nein Ihr sollt da nicht rauskommen Nein Nein Stopp 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 Oh nein Oh Gott jetzt laufen die ja alle rum Bitte fallt nicht runter Ich wollte euch eigentlich da drinnen einsperren Aber jetzt sind die da alle raus gehüpft Na toll Ich bin so ein Dussel Leute Ich bin wirklich so ein Dussel Okay Gut ich denke mal Wir werden jetzt dann die Folge für heute beenden Wenn euch die erste Folge gefallen hat Könnt ihr gerne 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 eine positive Bewertung da lassen Und sowas Leute Das ist auf jeden Fall Wir sind auf jeden Fall schon mal sehr sehr gut ausgerüstet Für das was hier auf uns zukommt Und ja Das war's von mir Lieben Leute Ich hoffe wir sehen uns auch bei der nächsten Folge Und bis dahin Bleibt auf dem Laufenden Und Jumpt nicht so viel Leute Und Tschüss